Bei regelmäßiger Anwendung sollte die Vorschaltkammer einmal wöchentlich gereinigt werden. Zerlege die Vorschaltkammer und spüle die Teile und Maske mit warmem Wasser mit etwas Abwaschmittel. Nimm die gereinigten Teile aus dem Spülwasser ohne diese abzuspülen oder mit einem Tuch zu trocknen. Lasse sie über Nacht selbst trocknen. Der dünne Seifenfilm verhindert so die elektrostatische Ladung bei Vorschaltkammern aus Kunststoff während einer Woche.